So meine Freunde, willkommen zu Let's See, du hast hier nichts zu sagen. Ich habe nichts zu sagen, ich möchte auf ein Problem, auf ein Alkoholproblem aufmerksam machen. Es geht so nicht weiter, deshalb Prost! Guck mal, Remco. Scheiße kaputt. Was soll der Scheiß? Guck mal. Ha, Loser. Guck mal, Klaus. Der wird wie immer beleidigt. Guck mal, hier ist schon wieder so ein Loser drin. Guck mal, Remco, ist das Klaus oder David? Guck mal, die werden, die werden immer gedisst. Guck mal, das ist doch jetzt David. Die werden gedisst in jedem Video. Also Freunde, also, Diss Track gegen Joker ist raus bei Klaus. So, wir öffnen das mal. OOOOOOOOH! Solche Loser, ULTE. So ein Fuss. Wir haben hier... Ein... Kann man das erkennen? Lebkuchenherzpraline gefüllt mit... Das soll ein alter Opa sein, der wandert. Das soll ein alter Opa sein, der wandert. Und jeden voll mit Schokolade und weiße Schokolade. Oh mein Gott. Den kriegt ich nicht. Gibt's nicht. Oh geil, guck mal, ja. Oh geil. Prost. Pfeiler, was willst du eigentlich? Du hast hier doch eh nichts zu sagen. Du hast hier nichts zu sagen. Okay, tschüss. Du hast hier nichts zu sagen. Okay, tschüss. Gibt kein Tschüss. Ha, muss ich dir die Welt erklären. Soll ich dir die Welt... Soll ich dir die Welt...